So, auf geht's. Julia, last chance. Score to beat 13,86 on course. Jetzt zählst. Einmal mitfiebern, Daumen drücken und alles, was dazugehört. Mit dem Boardslide geht's los. Kommt zum Trap-Step, beziehungsweise zu Ledge-Out, 50-50. Der muss ja auch noch vorher über den Gap rüber. Frontside Boardslide. Das ist ein ganz solides, sauberes Skateboarding, Julia. Bringt der Catch bei dem Kickflip auch. Einfach, ich will nicht sagen Spaß befreit, aber das war einfach eine Geschichte mit Nachdruck gerade. Yes! Das sieht sehr gut aus. Ich hab nichts gesagt, ich hab nichts gesagt. Ich hör dich aber reden die ganze Zeit. Ich muss mir hier auf die Zunge beißen. Irgendwo muss die Begeisterung ja hin. Komm! Der zählt sowas von. Hallihallo. Natürlich zählt der. Switch, hardflip to fakie. Als Ender. Mehr kann sie nicht, also nicht im Sinne von mehr kann sie nicht, aber mehr kann sie für diesen Run nicht tun. Und das ist wahr, was sie geplant hat, diese Line. Und sie bedankt sie nochmal beim Filmer. Also den Shot hat sie auch aus nächster Nähe bekommen. Geil. David, ist das die 14? Sag ja. Ich bitte darum. Das wär schon gut, oder? Ja. Ja, ja, Paul, ja. Gut. Jetzt kann sie natürlich allen gut zureden. So, ja, also Kate und Laura, die müssen sich jetzt warm anziehen. Und der auch Textbuch, Textbuch mit Füße auf der Achsen. Den kannst du so in ein Tutorial einfügen. Ja. Das war ein ziemlich gutes How-To. Hier die Drehung vom Board. Vielleicht ein ganz kleines bisschen spät vollendet, aber solange sie da draufsteht und wegfährt, ist alles gut. Der Switch, hardflip, fakie, auch kleines bisschen sketchy, aber egal. Nach Hause gebracht. Yes. So, ihr Judges, jetzt macht uns nicht fertig hier. Apricot ist das neue Black übrigens. Jetzt, Herr Nina, sind wir doch. 14, 10. Also, sind wir zufrieden mit? Ja. Nach wie vor. Da kommen immer noch ein Diet 3. Wenn Sie zufrieden sind, bin ich zufrieden. Das ist gut.